hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich afk arena das habe ich damals schon mal gespielt gehabt ich habe es hier gerade schon mal runtergeladen und gestattet ja also gestattet habe ich es jetzt okay ich hoffe dass die meinen eiter account noch haben ich glaube ich habe mich damals über facebook noch angemeldet gehabt ich weiß es gar nicht mehr ist schon ein bisschen länger her so wie meistens habe ich so drinnen nein natürlich nicht da sound jetzt ja ich höre was ja scheiße erst mal müssen wir das jetzt hier machen danach probiere ich mal meinen alten account wieder zu kriegen auf die hoffnung dass ich dann schon wieder ein bisschen weiter bin ja dankeschön starten ach mensch muss man auch noch starten kann man das hier irgendwie auch springen die einführung hier verdoppelte geschwindigkeit so alle platt gut nächste zack 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 das muss hier schneller gehen ein führung fertig aber wie lange ging die einführung noch mal ok immer noch ein führung okay 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 so das war die einführung ende gut jetzt mal schauen community facebook ja 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 nachricht senden anmelden ok ich komme nicht mehr an meinen eigenen account dran dann bin ich jetzt weiblich männlich sprache indonesia foto machen geht nicht konto verbinden facebook ja ok jetzt so ich glaube das hatte ich damals nicht gemacht konto konto Hm, hat er was gefunden? Hat er da gefunden? Nein, natürlich nicht. Nee, ProMau nicht. Hm, 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 hm. Ja, die ganze Zeit ja, am ausprobieren, wegen meinem alten Konto, aber, ich glaube, das kann ich aufgeben. Verbunden, verbunden. Na gut. Dann habe ich jetzt das Problem, dass ich wieder ganz am Anfang bin. Aber ist ja nicht schlimm. So, soweit kennen wir das Spiel ja eigentlich alles hier. Quäste, einsammeln, einsammeln. Feldzug, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Meine Helden, ausrüsten, 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 ausrüsten. Geschichte, Sterne holen, oder Diamanten. Geschichte, öffnen, Diamanten einsammeln. Geschichte, öffnen, Diamanten einsammeln. Und der letzte noch mal. Der hat keine Geschichte. Das ist ein Honk. So, dann sind wir hier. Das ist nun mal das, deine, äh, dein Bild. Teil, dein, dein, dein Bild, Bild halt. Und hier kannst du den Ausruhen nach Shop und wie auch immer, darum Gilde, Bibliothek. Ist allerdings, muss ich erst noch frei spielen. Bis dahin muss ich erst mal Feldzüge alle durchspielen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen, weil... Ich gerade ein bisschen geschaut habe. Wegen meinen alten Account. Was ist in der Truhe, okay. Die sollte man auch ab und zu mal öffnen. Jetzt kriegen wir den Typen hier, den Hexenmeister. Und... Verlohung. Einzummel... Helden... Oh, jetzt so... Auf Level, genau. Auf Level 5. Müsste reichen. 4, 5. Also hier steht immer das Level 1. 2, 3, 4, 5. Und die auch nochmal, die ich hoffe, ich nenne jetzt 2. Also, so, jetzt sind alle auf Level 5. Und jetzt geht es natürlich viel leichter. Ich bin 100-++ hard. Ich bin 70%ARD. 05. Und in der letzten Ender geben es nur survive. Und an dem System ist doch so. Also hier ist dereskoll hat, wo abhineht. 3, 5, 5, 3, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13,nah. Und so, dann verweigts schbausgott. Es ist nicht einer gestorben, zwar war Hoga kurz davor, aber er ist Gott sei Dank nicht gestorben. Es sind nur noch zwei Runden, die wir schnell spielen. Dafür haben wir dann die Stadt schon mal befreit. Oh, einer tot. Oh, das ist ein Knopf. Oh, oh, oh. Das schaffe ich nicht. Doch. Das war in der letzten Sekunde gewesen. So, dann muss ich auf jeden Fall noch mal ein paar Levels höher gehen. Ich mach mal Level 10 für jeden. 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt müssen wir auch die letzte Beine rum. Oh, die sind alle Level 10. Ich bin ein weniger. Na, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen knapp werden. Oh, einer schon down. 2 down, 2 überlebt. Dann werde ich wahrscheinlich die nächste Runde auch nicht überleben. Also nochmal. Auf 5, 10. Aber da mach ich jetzt nur die Radenleute. Also sprich den nächsten jetzt. Ah, da geht es sowieso nicht mehr. Gewöhnlich werde ich nicht hochleveln. Aber hat auch gerade keine, keine, gar keine Mats mehr daher. Auch egal. Jo, das war's. Jetzt haben wir die Stadt befreit. Nein, noch nicht. Ach Mensch. Jo. Da ist ein kleiner Drache, wie süß. Na gut. Dann werde ich mal hier das beenden. Ich habe meine 10 Minuten mal wieder geschafft. Das wäre cool, wenn ich ihn auf 240 gleich kriegen würde. Nein, da gibt es nichts für mich dabei. Seelenstein. Erstmal. Ah da. Stadt befreit. Da. Ich habe jetzt schon mal die Tavernen freigespielt. Epic Epic Epic. Und? Hatte ich die schon mal gehabt? Ich glaube nicht. Habe ich davon? Keine mehr. Schade. Nein. 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 Aber ich habe schon mal Epic. Wir waren ja bei 15 stehen geblieben. Ok. So weit kann ich gar nicht leveln, weil ich gar nicht mehr so viel Mats habe. Ah. Auch keine Mats mehr. Einsammeln. Hat die eine Geschichte? Sicher. Fähigkeiten. Auch. Nice. 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 Taverne leuchtet immer noch. Ich gehe noch einmal auf einen Feldzug. Erstmal Quest gucken. Feldzug. Jetzt einmal starten. 2.1 im Fall jetzt schon. Dann werden wir die hier benutzen. Und den letzten Angriff machen. Zack. Und wie sieht ihre Superwaffe aus? Über so kleine Giftwolken. Na gut. Das war es dann für heute. Ich werde hier raus gehen. Beenden. Jawohl. Ja. Ich werde mein Ticket abholen. Und dann sage ich aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.